...unsern Sänger, des ersten Schlag-Usergangs vor dem Teuge. Und die Leute! Einen wunderschönen Abend wieder! Hallo! Los geht's, ja. Geht's euch eigentlich gut? Wunderbar, da brauche ich jetzt alle Hände hier in der Halle. Geht's euch! Und zwei Kinder, auch niemand belauscht. So, jetzt brauche ich nur den Rhythmus. Ein Wunderbar mit dir in der Storm-Männer. Hör die Musik, die in den Morgenlern. Ich bin verliebt, du weißt ganz genau, wie es mir geht. Ein Wunderbar mit dir in der Storm-Männer. Und tausend Stuhl, die nur mehr hoffen, wo und immer. Das Grund zum Glück schließt sich ganz schnell zu. Du bleibst bei mir. Was willst du mir? Jetzt folgen ein bisschen Rhythmus. Oh, die eigene Nacht. In Gereus hat das Glück zurückgebracht. Es kann sein, dass ich bald gehen muss. Doch mein Glück bestell für diese Nacht. Selbst der Mond hat glatt, genau wie ich gedacht. Und ich bin leicht, nie wiedersehen. Ich hör auf mein Gefühl. Ich weiß noch, was ich will. Auch wenn ich tausend Jahre stelle, bist du mir wie es im Wahnsinn hält. Ich will nicht fehlen, zu retten. Ich weiß noch, was ich will. Ich weiß noch, was ich will. Ich weiß noch, was ich konnte. Ich weiß noch, was ich will. Und wir schauen, was ich will. Ich weiß noch, was ich will. Ich Martha L Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Schiffahoi, Schiffahoi, wir fühlen uns unendlich frei. Schiffahoi, Schiffahoi, komm wir fahren aus Berlin aus. Und erst wenn wir nun gefeiert ist, fahren wir nach Haus. Diesen Traum von Freiheit spüren auf dem weiten Ozean. Die schöne Ländersee, von Spanien bis nach Griechenland. Und wenn die Sterne über Schiff am Himmel stehen, wird die Seele unvergesslich schön. Und haben wir alle gemeint? Schiffahoi, Schiffahoi, Leiden los und dann vorbei. Schiffahoi, Schiffahoi, wir fühlen uns unendlich frei. Schiffahoi, Schiffahoi, komm wir fahren aus Meer hinaus. Und erst wenn wir nun gefeiert sind. Die Gelegenheit, die wir hier gekriegt haben, unsere Musik aus dem Amt Neuzelle hier auf der Grünwoche zu präsentieren. Wir sagen nochmal ganz herzlichen Dank. Laden Sie natürlich alle von Herzen heute schon ein, am 8. September alle unsere Gäste zu sein. Und dann gibt es auch von uns drei garantiert mehr zu hören. Alle Künstler, die heute hier auf der Bühne waren, sind natürlich auch mit dabei. Stephanie wird mit dabei sein. Genauso die Bläserklasse. Wir lernen uns ein richtig schönes Punktesprogramm.